Meine Mutter ist da echt empfindlich, ja gerade mit Piercing. Ich weiß, vor drei Jahren oder vier Jahren war das, da wollte Sven Weihnachten von Oma ein Piercing. Sagt der Oma, schenkst du mir Weihnachten ein Piercing. Sagt Oma, ein wat? Ja, sagt Sven ein Piercing. Sagt Oma ein Piercing? Halt doch erstmal die anderen Löcher sauber.